um die jungen heute herzlich willkommen zu neuen auf zu die jubel denn diesen aufzug geben habe ich nicht gewinnt das was ich mit ihren Kanagen nicht gewinnt und ja jetzt mal wieder doppelfahrt beim karstadt ein bisschen trof ich hätte hätte ihn vorher mal erklären sollen was ich genau beim aufzug videos mache der hat mich nicht so verstanden sagte der junge mann will einfach nur fahren 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 hat er wahrscheinlich so gedacht und hier mal ein alter kohle aufzug 127 90 ein kohlen nobel wort nachkommen das ist doch kein ulti ist sage mal das ist doch kein ulti ist warum sagt er auf ulti ist warum sagt es ich habe nicht scheiße scheiße ich wusste nicht dass ich nicht scheiter war scheiß auf auswählen ich weiß nicht ich wusste nicht dass sie nicht scheiter war ich zeige klingel kann man nicht schade 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 hier kann gar nicht hinfahren und ich war mal gekommen doch ich war lieber erst mal zum ersten Stock Peter haben sich geduld aufzug momentan auch nicht kommen dass kein Ärger scheiße es ist aber nicht mein Fehler ich wusste nicht dass die Scheiter war das wusste ich nicht das wusste ich nicht scheiße das war echt blöd ich wusste nicht dass die äh klingel war wusste ich nicht so eine Becke äh ich war aus Versehen ich wusste nicht dass die Scheiter war was äh ich war aus Versehen ich wusste nicht dass die Scheiter war das wusste ich wirklich nicht dass die Scheiter war das wusste ich wirklich nicht das wusste ich wirklich nicht das wusste ich wirklich nicht kann man stecken lassen äh ich war so geil 1927 Konanobel Mitglieder mit dieser rotis ansagen wundervoll obwohl kein Otis ist ist aber Kona hat eigentlich nie ansagen ja dann vielen Dank für was zu schauen bis 6 Video hier Elevator Fun Ciao Leute bei 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 bei